und mit dem mit dem jungen er darf nicht ab dem jünger vom Appier sehr gut so sollte ich den Untertitel schweiß auf Untertitel unter Audio glaub ich schüttelt als Texte anzeigen er hat uns am Grund haben unter Audio Option Audio wichtig dass ich den Nebenklick und dann nur schritt 1 wenn sie können die definiert zwei genügend zu benzin bringen ach das ist wieder so eine scheiß Christ naja das wird jetzt hart da ist ein Hunter Jockey irgendwas zieht mich mich zieht irgendwas das war 1 du musst den Rat nur wo wir gestattet sind wir haben wir können diese Ecke machen das das dauert halt seine Zeit du mit deinen scheiß Easter Eggson mal Ami ja ist schon okay hey was soll der scheiß du getötetst mich einfach ich bin gerapfchen ja und dafür wirst du gehauen wow da ist das Glück ja genau jetzt muss ich nachleuten ja wow wieviel kommen da keine Ahnung komm lass weiter Sweetheart Sweetheart Got it ja das wird spannende von mir ja das wird spannende von mir Mario komm mal zu mir das Easter Egg würde gefallen ich gebe mir jetzt keine Easter Eggson ich werde das Spiel spielen oh mein Gott ja Tata doch sind die medikle zack und weiter gehts noch Money nehmen Ich lauf mal, äh, ich... Und mir sind letzte Visiere. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich kann's nicht mal covern. Das ist ein Tank für mich. Ich hab doch nie einen Jockey. Boah, der Alte hat mich hier geballert, warte, ich ging gleich hier. Okay. Ich komm gleich, wo bist du? Ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal. Okay, das war so viel. Nichts will bis Kämben. Oh, jedenfalls. Ah... ... ich wollte schießen, ey, Mann. Nee, wir sollen nur mal... Das wär schon mehr von Vorteil. Ja, das wär schon mehr vom Vorteil. Jaja, Schade. Immer mal ein Domitief. Dann Smokat mich, smokat mich! Ja, ja, ich falle noch nicht vorbei. Scheiße, 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 scheiße. Fuck, ich ziehe am Boden. Na fuck, aber gerade jetzt, ey. Das ist gut, ja. Jetzt lege ich am Boden. Oh nein. Wie ich lacht schon Sie haben schon zweimal gemacht. Scheiße, scheiße. Hilfe 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 Volle Überlebenskunst Das hört einfach nicht auf Fuck jetzt den da, oder auch nicht. Fuck'n Hunter! Ah, scheiße. Ja, Domi ist auch down. Ich bin gleich down. Ja, tot. Domi Coach ist down. Wir sind alle down. Ich lebe, ich lebe. Los, du schaffst das. Du musst nur noch... Du musst nur noch... Du musst nur noch zwölf Kanister hin schaffen. Du schaffst das. Wie er tanzt, ey. Er spricht bei deinem Leben. Es ist vorbei, eigentlich jetzt. Wie er getanzt hat, der muss das. Wie er heftig eintritt, der scheiß Song. Fuck ey, das war heftig. Okay, es tut mir leid, ich will es nicht nochmal machen. Sorry. Ja, ohne Scheiß, ey. Du könntest erstmal mit uns mitlaufen. Ja, da fällt dir weg die Endmusik vom Portal 1 gekommen. Das war ne Jukebox. Okay, wir müssen es glaube ich doch machen. Nee, 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 nee. Alice, so, äh... Hallo. Where are you gonna take Zoe on your first date? We heard New Orleans was last holdout. Well, just think we go there. Tommy, come here. Nah, good luck with that. We've had enough for the military. Let's get you on your way. Head down and fill up the generator. Wo ist die Jukebox? Sounds good? Da in dem Haus gleich gegenüber. In dem da. Und da muss man nur anschalten, oder was? Die ganze Zeit außen ein. Oh, der Spaß konnte ich rein. Irgendwie lang dauert das? Das heißt, es dauert lange. Ja, super. Darum bin ich auch gestorben, als ich mich den Hunter gegriffen habe. Weil, da war noch der Coach bei mir. Ich denk mir, ja, ich versiere mir nix. Und dann kommt der Hunter, richtiger Boden, dann ist er auf einmal weg. Ja, weil sich entschlossen hat, lieber uns zu helfen, weil wir das Spiel gespielt haben. Du bist vorbei, Mario. Ja, ich weiß schon. Scheiße, ich hab'n Kanister angezündet, fuck. Ah, aber da drin war trotzdem Laser-Wizier, das wohlfühl trotzdem. Toll, ich hab' hier hinten die Kanister angezündet. Ja, durch Spawn auf der Zeit. Die trugen jetzt n' Laser-Wizier. Mach wen sie sich an. Bei der Zugsbox, oder wie? Ja, also die Laser-Wizier sind nicht mehr da. Oh, da waren die Laser-Wizier. Ja, und wo ist jetzt die Tube-Box? Ja, du bist doch, stehst doch dran. Ist das die Scheiße? Ja. Du musst einfach die ganze Zeit eh drauf nehmen. Ich warte mit dir, wenn ich den hehehehe. Bis, bis sie, äh, bis sie ja Musik kommt. Ich warte jetzt. Da hinten ist ein Boomer, ich habe es eindeutig gesehen. Schö, Schö, Zombies. Der Smoke hat mich. Wo bist du? Weiche Richtung. Woah fucking Charter. Und hier ausgeballert ich. Tank! Ich bin wieder auf dem Coat ein Rift. Ich bin ja mich einfach trotzdem halt... Splitter Splitter Ich bin ja. An Schockern, Coat? Ja. Woah. Komm runter. Hunter x5 Leute helfen. Ich glaube nicht. WTF, was war denn das denn? Charger? Wer noch? Achso, das bist du. Oh, Alter. Ich komm mit gar nicht mehr aus. Ich hör schon wieder. Die spawnen in dieser konischen Lagerhalle alle. Zack. Splitter, splitter, splitter. Wo bist du, Kev? Abseits. Du, was ist da? Abseits gibt's nicht mehr. Mokka hat mich. Alter. Leute, Hilfe. Hilfe. Leute. Der Coach haltet schon gleich. Hehehe. Wenn, dann muss ich aus der Dummy haben. Bis dem, ne? Die gibt's. Ich hab den einen. So. Dann hol mal den da hinten. Ich hab den einen. Ich hab den einen. Ich hab den einen. Ich hab den einen. So, dann hol mal den da hinten. Fahre uns bitte. Das ist wirklich, äh, das Team, das nicht drauf ist. Das ist, finde ich schon cool, dass das so was war. Guck mal, komm. Scheiß bitte. Move. Woh. Woh. Ich hab den einen. Woh. Du. Ich hab den. Woh. Ich hab den. Ich hab den. Woh. Woh. Francis hat ihn. Woh. Ich komm. Zwei Tanks. Zwei. Zwei Tanks. Zwei Tanks. Ich bin tot. Fuck man. Ja da kann ich. Tommy hilf mir. Du kommst dahin. Tommy. Ja alter du bist hier am Ende am Arsch der Weltmann. Das läuft falsch. Der läuft richtig. Der läuft von den Tanks weg. Nein. Das macht die Verscheiße. Ja auf einmal sind da zwei Tanks und dann. Ja wir waren jetzt alle an einem Ortmann. Dann läuft der Tanks weg. Oha Wind Charter von dir vorbeigestirbt. Das hat und hat das hinter dir. Das geht man. Ich tu dich verbinden. Ich muss zu coach. Der ist zu tot. Nee der ist nicht tot. Du bist tot. Der ist zu tot. Der ist nicht tot. Meine letzte Hoffnung Coach. Der ist zu tot. Oh ich hör schon wieder was. Nein. Der ist zu tot. Trost. Nein der letzte Hoffnung Dicken. Boah da ist ein Boomer da ist alles ungefähr. Alter. Oh man. Alter will ich dich jetzt zerfressen halt da. Geht mir da was. Oh fuck. Der andere spuckt die ganze Zeit auf dich. Du hoffulles Summer. Das sah alles krass aus. Oh man. Halt mir ein dann kommt dich nicht. Wir sehen Medi. Jolo. Komm jetzt die ganze Zeit jetzt. Oh Gott das Alter. Das war so geil. Alle an dem Platz. Auf einmal läuft Kevin weg. Ey da soll ich gleich zu ihm kommen. Ja und ich. Ich hab grad Treibstoff eingefüllt. Auf einmal wart ihr weg. Und dann auf einmal. Und dann auf einmal. Ja das war. Ich wollte Kevin zu Hilfe kommen. Schieß den einen an. Auf einmal kommt ein zweiter von der Seite. Knallt mich voll nach hinten. Und schon mal tot. Na der hat mich dann noch mal immer auf wie eingedrasht. Du dass wir wussten. Oh wie cool. Oh ja. Perfümel mich wieder. Oh mh mh mh. Titten. Titten. Das stimmt. Wenn es mehrere Witches gibt. Oida. Auf einmal. Du mitst ganz hinten als erstes. Ja wir fähnen uns wieder. Das ist klug. Oh. Ach. Ach. Oh dein Zinius. Haha. Ach. Sch Buhrge. Also smoker alter. Einfach mal beide mitnehmen hier. Schau was. Ich hör was. Oh shit. Ein riesen Vieh du. Stopp. 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 Oh. Oh das spitt der. Hilfe leute. Ja mich hat auch einer. Na das leue ihr was. Hm. Die haben aber lange gebraucht, ja. Ja, ich bin tot. Wo bist du, Mann? Ich komme jetzt zu dir. Ich weiß nicht mal, verbindet er sich? Ja, schon. WTF? Ach, gerade jetzt ist es incoming, ey. Das ist hier die Todesstelle. Wow, da ist ein Tank. Bei mir, bei mir ein Tank. Scheiß, auf den Tank. Ich habe ihn zu den anderen gelockt. Er ist tot. Er stirbt endlich, Mann. Das ist Boomer. Das ist Boomer. Wie ist die Scheiß? Boah, fuck, bei mir ist alles, Mann. Wo bist du? Ich habe schon alles. Bleib da. Bart bleibt da. Unter dir mal. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ja, Kevin, wir können nicht zu dir fliegen. Saien. Kam, hole noch mal zu sitzen. Hintest gust, auf denen kicked die Haare, dann käme ich noch die Weken genommen. Ich bin nicht mehr aufgehauen. Ich habe ja gar nichts mehr. Da ichucke mir 컬러g стали. Und ja, das fällt nach vorne. Es war sehr schön. tschuldigung wenn du am arsch der welt bist wie soll man dich dann du hast gesagt du holst ganz hinten zuerst und bist dann auf einmal losgelaufen warst weg und wir waren alleine unnötig ja wer sagte dass wir hinterherlaufen du kannst ja erst mal warten bis wir darauf antworten sagen ja okay das wird man ich komme zu dir ich möchte jetzt mal da müssen wollen der ist weiß man nicht im generator denn für mal ist damit einfach acht stück zusammen und dann schmeißen wir die in den generator und der wohnsort kommt fest kurz später kurz der zu bilden es ist so bei mir und jetzt läuft die weg in den mit dem bürger amal der vorliegen Schwestern oder das ist ein zweiter ist schon wieder stark Scheiße 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 nur einfach geschlossen jetzt sind es das ist ein dann kann ich ja ist schon okay das ist ein neuer Manga Dungeon ich bin ich lebe noch und schwebte mich und diese Scheiße wo vorgibt die zu überlesen können mit der sich durch alle und nicht wichschalten du gließt kling da klautcht der wichser der dumme Huren-Ding ja auch mit der eine Spaß das ist jetzt noch so ein Depp das war's ja Hilfe, Hilfe schlägt am Boden er fummelt an seinem Hintern ob das aber der halt sich selber der wichser ne der halt sich gar nicht der halt mich gut oh f*** Mocha nein zwei Smoker so ein Scheiß ja rape mich los Leute könnt ihr uns nupfen nupfen WTF wir müssen erst die Scheißkanister zusammen sammeln und dann nein Leute, Leute, jetzt gleiten wir zusammen einen Punkt bitte ich war zusammen mit Coach und Darius du bist weggelaufen was ist denn da neben drauf ja wir holen die hinteren zuerst ja du bist immer auf einmal tot ja du sollten mir nach wie nein wenn man dir nachläuft kommen immer zwei Tanks ein Smoker und drei Splitter ja oh man alle guten Dinge sind drei hundert ist das nicht der vierte durchlaufen? nein, das ist der vierte schleppe wir gleich sich achte geht auch durch ja und jetzt kannst du weg Mario ja ich hab gedacht, wo hol die hinteren zuerst so ja, aber wir müssen dir ja nicht freuen wichtig hat mir auch keiner verlangt ja, ach nein, danke für die Info ich hab den Splitter mal gekillt ok da ist die Jukebox ich mag, ich mag deine Gesellschaft Domi ich mag deine Gesellschaft Domi mit Schlender wieder ja du hast mir überhaupt nicht geholfen stopp Leute ich hab ihn natürlich wieder perfekt da rein geworfen ich hab ihn ich hab ihn wo bei mir tat er WTF wir haben immer geschmeißen dann Chucky was hab ich verbrochen was hab ich verbrochen sie weip nicht, du siehst so hübsch aus was haben wir getan bitte stell auf einfach, ich rast aus ach komm schon was ist doch lustig das ist echt lustiger als beim letzten Mal das sind so eine Ausforderung im Krieg zu kämpfen nicht so Cash und Gaming wer hat denn schon wieder den Tank befüllt wer hat denn den Tank befüllt wer hat denn den Tank befüllt wer hat den Tank befüllt hör auf damit sag mal Kemper bist du dumm ja weil die ganzen Waves in coming hallo kannst du erstmal ich die kommen aber auch wenn du Punk's auch nimmst ja aber seltener als wenn da drei Stacks drin sind was macht der er füllt einfach auf seelenruhig es kommen drei Waves auf einmal man steht irgendwo aber man soll dir die ganze Zeit zuhören alles klar du verstehst die Logik nicht ganz wir sind schon wieder alle auseinander ja weil du schon wieder irgendwelche scheiße machst Dommi ich komm ich komm hast gereguliert ey wo ich zu dir laufen will boah irgendwas was zu fucking Tag ist hinter mir wo 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 hinter mir oh mein Hauptsache wichtig ist der hat mich weggeschleudert und dann sagt man hey 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 Hilfe auf mir Schock geht haha was geht man haha wichtig ist der Tank schlägt mich zurück und meine Figur sagt so hey haha da wollen wir so wie auf den Baum klicken ich behalte mich schon wieder kannst du es hinterlassen ja jetzt komm ich hab keine Zondens da kann ich dich halten Boah ich wollte aber vielleicht gar nicht geheilt werden du Spaß Huma Mann ich mach wenigstens was sinnvolles ich lege ich lege ich lege fuck 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 der Coach ist der MidiPick du geile Sau der Coach ist einfach voll der Badass Fancy was kann denn oh das ist ein Charger ich muss nur ein MediPick Boah fuck Chocky ich muss nur ein ich muss nur ein ich muss nur ein